Popcorn! Heißtes Popcorn! Freitag, 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 Freitag! Alles für zwei! Zwei zum Freis von einem! Wo ist das Biest? Da! Na ja! Was glaubst du denn? Wenn du das irgendwann weißt, dann checkt's! Dann checkt's! So fügt der uns an oder das Teil von uns nicht? Nein, ich glaub's ja nicht. Wir müssen doch beschlüssen, doch. Wir müssen doch beschlüssen, doch. Wir müssen doch beschlüssen, doch. Woll, 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 woll! Wir fahr jetzt dann in Urlaub und wir begleiten uns fahren. Das ist die feuchte Szene, oder? Wir ändern Kinderanwäsche! Ich bin nicht mehr aufgerüst. Ich bin nicht mehr aufgerüst. Ich bin nicht mehr aufgerüst. Ist das eine Fünfte fertig, oder was? Sagen wir mal so, er hat zwei... Er hat zwei komplett aufgenommen. Knappel, wie geht das los? Du hast gesagt, du tust klein dann mit uns. Wenn dann heute schon ein Bild hat, dann gehen die da ein. Hier ein. Irgendwas geht's. Mal von einer anderen Seite. Das sieht so klein. Ja, schaut besser aus, genau. Die Hand so erhebten. Also Olin kann man da endlich schauen. Dankeschön, viel Spaß. Vielen Dank. Alle, im Lampenfieber? Nein. Nach 12 Mal gefühlt. Hier ist er. Da ist er. Alle, steig klar? Nein. Das ist so gut. Ganz besonders begrüßen darf ich unseren Hausherr-Entschließungsvorstand Hans Bauer mit Frau. Ja, da wünschen wir eine gute Unterhaltung und viel Vergnügen mit der Schöne und dem Biest. Alle, zwei, die Welt. Das war's. Die Rose des Prinzen aber ist die schönste Blume aus der Welt. Vor der Schönheit sich alle anderen verneigen. Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose. Die Rose des Prinzen ist ein kleines Geschenk. Warum war nun Wirke mit mächtiger Gewalt? Irgendwo, was wird das mir? Auch du hast den Prinzen Rosario gedient. Bist um ihn herumgehüpft und hast dich lustig gemacht über ihn und andere. Aber du scheinst ein gutes Herz zu haben. Deshalb verwandle ich dich zu einem Hof nach dem Nachbarn. Warum? Jetzt ist es vier. Und der Schatten steht hier. Es ist aber sechs. Steht ja hier ganz perplex. Ab heute leben wir nach der Sonne. Ich kann jemanden hier, der mir helfen kann. Hilfe, wenn mir keiner hilft, muss ich sterben. Hier, nimm die Pferdschette, du Scheiße. Ich kann dich nicht mehr sehen. Und überhaupt, wo bin ich? Und ich bin so entsetzlich, kundelig und müde. Was für wunderbare Speisen und getätigt. Und plötzlich kam aus dieser grauen Wand ein langer weißer Arm heraus. Und er griff ganz langsam nach mir. Die Wand öffnete sich und ein Ungeheuer erschien mit riesigem Maul. Und es wollte mich verschlingen. Ich wollte weglaufen. Aber meine Beine... Spiel! Der Herr, wie du sagst, bricht dein Herz, wie du sagst. Oh, kein Grammann, im Tränkling und schrecklich. Sieh, den Körper, er strost vor der Haare. Keiner trifft, wie du sagst. Der Herr, wie du sagst, bricht dein Herz, wie du sagst. Der Herr, wie du sagst, bricht dein Herz, wie du sagst. Alles gut, nein. Also, das ist das... Danke, 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 danke. Danke, danke. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Ja. Ja. Das ist normal. Das ist ganz gut. Das ist aber die Aufmerksamkeit. Das ist so. 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 Das ist eine Filmaufnahme. Du musst drehen. Über meine Mäuse werde ich drehen. Guck mal das. Was für ein betörender Duft, der aus dem Garten kommt. Oh, wie wunderschön diese Rosen blühen. Wie berauschend dieser Duft ist. Gute Freunde. Zeit für die Menschen, die du liebst. Das sind die kleinen Dinge, die dir helfen. Wenn du liebst. Wenn du liebst. Das Lecken. Aber er schreckt sie bitte nicht. Na, was meinst du? Wir füllen uns hier. Das Schwarmany zum Essen bleibt. Ja. 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 Mein Lieblingsbuch, ich schick's dir, was Liebe schreiben schrieb, oh Lernes lesen. Mit Augen hören sie, wenn ihr befanden lesen. Ach, Laura. Und es ist unerklärlich, doch etwas in ihr ist, was ich vorher nicht so sah. Ich hätte gedacht. Gott sei Dank. Es sei. Nach allen Zangen. Ich hätte gedacht. Morgen wiedersehen. Sehr gerne. Dann bis morgen, Laura. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Wieder bei der Prüfplatz von der Zauberlose. Warum diese Zauberstelle? Nein. Nein. Ich mag keine Sonnenuhren mehr bauen. Na, wir werden sehen. Jetzt ist sie schon lange, lange vor, unsere Laura. gleiche, auf mein Herz, sodass ich's kaum ertrag. Sie wird mich nie mehr verlassen, auch wenn sie mich wiederkehrt. Ich warte hier auf dir. 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 So gut. Du bist nicht geboren. Ja. Nein, Vater. Die Biest scheint es nicht gut zu gehen. Ich will sofort zurück zu ihm. Ich bin gleich bei dir. Ich lege dich nur noch schnell auf das Kopfkissen. Mein Leben ist sowieso zu Ende. Aber wie sollte ich dich je im Leben vergessen können? Ich liebe dich. Um seine Seele zu schaubeln. Denn er hasste die Menschen, obwohl er glaubte sie zu kennen. Es dein Leben zu tun. Ich verstehe dich. Wo ist mein geliebtes Biest? Laura, hier bin ich. Wer seid ihr? Seh ihn an und fühle seine Liebe. Kannst du neu zu geben? Du fühlst in dir den Mut zur Zärtlichkeit. Wie mein Hauch ganz leise behörst du dir. Ich mach nur noch, früh dich im Ü Nord-okli b player. Da können sie nicht mehr in erz되는 bienen. Ich schieße dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.